...machen zu glauben, dass es ohne diese Bilder gehen wird. Und Strafrecht ist auch eine Querschnittsmaterie. Also es gibt hier auch sehr viele Berührungspunkte mit dem Innenministerium. Und ich bin mit der Leitung der Expertengruppe, die Vorschläge für eine weitere Verschärfung ausarbeiten soll, betraut. Urteile an den Strafgerichten. Also wenn man einigen Posts auch in sozialen Medien auf Berichte von sehr niedrigen Strafen folgt, dann muss man schon fürchten, dass das der Fall ist, ja. Und noch einmal, dazu gehört für mich auch strenge Strafen. Dumm. Und wie kann es sein? Also wenn ich Ihnen ein Beispiel geben kann, es ist eine Straftatung von ein bis zehn Jahren bei einer Vergewaltigung. Wenn der Täter aber nach einigen Jahren wieder draußen ist aus dem Gefängnis oder vielleicht gar nicht hinein muss, dann ist das Opfer schon nicht, also dann ist kein Ausgleich im Strafrecht geschaffen. Das ist die Freiheit, sagte ihr zu mir, die gibt es heute so selten auf der Welt. Darum wird sie hier für wenig Geld zur Schau gestellt. Darum wird sie hier für wenig Geld zur Schau gestellt. Ich seh ja nichts, sagte ich dem Herrn. Ich seh ja nichts, der Käfig ist doch leer. Das ist ja gerade, sagte ihr, der Käfig. Man sperrt sie ein und augenblicklich ist sie weg. Man sperrt sie ein und augenblicklich ist sie weg.